Kannst du schon treiben, Rutsch? Fredi, mach mit! Willst du das Klatschen an? Ja. Ich werde die Heier kratzen. Die werden jetzt um den freien Tag machen, oder? Ja. Morgen haben wir eine gefährliche Auer, damit wir so ein wenig gehen. Er, glaube ich, hältst du. Der hältst du. Der braucht einen freien Tag. Ich habe 42 gemacht heute. Ich habe mir gerade ein Video angeschaut. Wer war da? Schaut auf meinen Klatsch. Ich habe gerade zwei Wochen schon frei. Ja, zwei Wochen. Meine zwei haben wir jetzt nicht geschafft. Ich habe mich von meiner Zimmer freigenommen. Das ist ja noch Urlaub. Zwei Wochen. Also jetzt letzte Woche. Das ist schwerer geworden. Das ist jetzt schwerer. Das müsste ich jeden Tag machen. 20, mindestens.